Hey mein Freund, schön, dass du wieder da bist. Hier ist wieder Tim. Heute geht es um die vier schlimmsten Fehler, die Männer machen, wenn sie Frauen ansprechen. Wir haben ja im letzten Video darüber geredet, wann Frauen angesprochen werden wollen. Und in diesem Video will ich dir eben zeigen, was die vier schlimmsten Fehler sehe, die ich immer wieder bei Teilnehmern von mir, bei Live-Coaching-Teilnehmern sehe. Und die kannst du einfach in Zukunft vermeiden, wenn ich sie dir jetzt verrate. Der erste Fehler ist, dass die meisten Männer einfach zu lange warten. Ja, es gibt diese 3-Sekunden-Regel. Man muss sich nicht unbedingt an diese 3-Sekunden-Regel halten, aber es ist hilfreich, wenn man die Frau, wenn man sie sieht, einfach direkt anspricht. Ich kenne das. Manchmal, wenn ich eine Frau sehe, die ich ansprechen will, dann bin ich so, okay, ich warte nochmal kurz, bis sie an dieser Menschengruppe vorbeigegangen ist. Und ah, da sind noch ganz viele andere Menschen in ihrer Umgebung. Ich warte nochmal einen Moment. Und je länger du wartest, desto schwieriger wird das. Und je länger du wartest, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass sie einfach in die nächste U-Bahn steigt oder ins nächste Haus geht. Hatte ich oft genug. Das habe ich oft genug erlebt. Warte einfach nicht. Das ist ganz wichtig. Das ist auch ganz wichtig, für deine Art und Weise, mit Dingen umzugehen. Ja, du willst ja als anziehender Mann wirken. Ja, du willst einfach ein Mann sein, der sich die Dinge holt, die er will. Und ein Mann, der sich die Dinge holt, die er will, der wartet eben nicht noch 3 Minuten, bis sie an dem perfekten Ort ist, so wie ich das bei meinem ersten Mal ansprechen gemacht habe, sondern dieser Mann holt sie einfach, was er will. Er sieht sie, geht einfach hin, direkt und spricht sie an. Beim ersten Mal ansprechen war das eben so, da bin ich der Frau ungefähr eine halbe Stunde durch die Innenstadt gefolgt, bis ich sie dann an einem Ort, wo keine anderen Leute waren, weil das war mein größter Terror, so andere Leute hören mir zu, bis ich dann an so einem Ort, wo eben keine anderen Leute waren, sie angesprochen habe. Da habe ich es mich dann erst getraut und das war halt vollkommener Bullshit. Du nimmst dir halt selbst die Energie raus, du wartest in dieser Angst, also du kannst mutig hingehen, einfach direkt hingehen, mutig sein oder du kannst halt so, ah, ich habe ein bisschen Angst und ich bleibe noch ein bisschen in dieser Angst und geh mal noch ein Stück hinterher und guck mal, was passiert. Und das wirkt sich ganz stark darauf aus, wie du dann wirkst, wenn du die Frau ansprichst. Wenn du dich durchkämpfst und sie direkt ansprichst, dann hast du halt auch eine andere Ausschrankung. Und dann wirkst du einfach so, bumm, ja, wie so ein Vorschlagkammer. Aber wenn du eben wartest und dich in deiner Angst erstmal ein bisschen badest, dann ist einfach die Wirkung komplett anders und das ist ein riesiger Fehler, einer der größten Fehler, den die meisten Männer in meinen Coachings immer machen. Die zweite Sache ist, dass sie vor den falschen Dingen Angst haben, sage ich mal. Und zwar haben die meisten Männer Angst davor, abgelehnt zu werden. Wovor du eigentlich wirklich Angst haben solltest, ist, eine Frau nicht kennenzulernen, die perfekt zu dir passt. Ich will gar nicht wissen, wie viele von den Frauen, die ich nicht angesprochen habe, obwohl ich sie ganz gerne angesprochen hätte, das ist mir natürlich auch schon passiert. Ich will gar nicht wissen, wie viele Frauen von diesen Frauen zu mir gepasst hätten. Ich bin mir sicher, dass ein Großteil der Frauen, dass da sich was draus ergeben hätte. Aber ich habe mich einfach nicht getraut. Ich habe es einfach nicht gemacht. Ich hatte Angst vor dieser Zurückweisung. Und es gibt eben die Angst vor der Zurückweisung. Aber bevor du wirklich Angst haben solltest, ist die Angst davor, dass du eine Frau gehen lässt, die perfekt zu dir passt. Dass du eine Frau gehen lässt, die theoretisch sich zwei Tage später mit dir auf ein Date getroffen hätte, mit der du Sex gehabt hättest. Du hättest dich ein paar Wochen mit ihr getroffen, ihr hättet euch verliebt, werdet zusammengekommen. Und du würdest halt jeden Morgen neben ihr aufwachen und jeden Abend neben ihr einschlafen. So diese Möglichkeit. Das nicht wahrzunehmen, das ist das, wovor du wirklich Angst haben solltest. Das ist das, was dir wirklich Angst machen sollte. Nicht diese Zurückweisung. Du gehst zu der Frau hin, sie ist so, hey nein, ich bin nicht interessiert. Meistens sagen die Frauen sowas auch überhaupt nicht. Vielleicht ist sie so, hey nein, ich habe einen Freund, du bist so, okay, dann nicht. Und das hat dich einfach drei Sekunden Überwindung gekostet. Und ja, ein bisschen Angst war auch dabei. Aber wie viel schlimmer ist es, eine Frau gehen zu lassen, die eigentlich perfekt zu dir passt? Überleg dir das mal. Das ist ganz, ganz krass. Und lass mir dir eins sagen. Es gibt nicht so viele Frauen da draußen, wo du und sie auf den ersten Moment gut zusammenpassen könnten. Und wenn du die Frau siehst und sie gefällt dir schon mal, dann ist ja schon mal 50% erledigt. Du magst sie schon mal. Jetzt muss sie nur noch dich mögen. Und wenn du diese Frauen, die du schon mal magst, einfach gehen lässt, dann schießt du dir einfach so stark selbst ins Bein. Das ist ganz krass. Und das sehe ich immer wieder bei meinen Coaching-Teilnehmern, dass sie, oh nein, ich mache es lieber nicht. Ich könnte abgewiesen werden, statt hinzugehen und zu schauen, was passiert. Weil zu verlieren hast du ja nichts an dieser Stelle. Deswegen, wenn du eine Frau siehst, die dir gefällt, sprich sie einfach an. Es könnte eine Frau sein, die gut zu dir passt und du willst sicherlich nicht diese Chance verlieren. Die dritte Sache, die ich sehe und die mich am meisten aufregt und die sich am schlimmsten auswirkt, ist, dass du zu halbarschig bist. Und zu halbarschig sein heißt, zu der Frau hinzugehen und es ungefähr so zu machen. Äh, hi, ja, ähm, irgendwie gefällst du mir und ich wollte dich ansprechen. Ähm, ich hab dich da drüben gesehen, deswegen hab ich dich angesprochen und ähm, ja, du gefällst mir irgendwie. Äh, hi. So ungefähr sieht halbarschig ansprechen aus. Und wenn du halt eine Frau wirklich ansprichst und dir mal Mühe gibst, dann, oder was heißt Mühe geben? Es geht mehr darum, dass du einfach, auch, dass du wirkst auf die Frau. Dass du hingehst und sagst, hey, pass auf, ich hab dich gesehen, du gefällst mir, ich will dich kennenlernen. Hey, pass auf, du gefällst mir, wer bist du? Oder auch eine indirekte Art und Weise mit der Frau ins Gespräch zu kommen, das geht ja auch. Ähm, aber dass du einfach hingehst und dass du einfach da bist, dass du präsent bist, dass du wirklich sagst, hey, pass auf, deswegen bin ich hier, ich stehe dahinter, no shame, keine Scham, deswegen bin ich hier, ich will dich kennenlernen. Und nicht dieses, äh, hm, ja, vielleicht, hm, hm. Ja, die meisten Männer machen das halt super, super halbarschig. Ähm, ich weiß nicht genau warum, wahrscheinlich, weil sie Angst haben, dass zum Beispiel Leute ihnen zuhören können. Verstehe ich, hatte ich auch eine ganze Zeit, hab ich auch manchmal immer noch. Ähm, oder dass sie abgewiesen werden können, aber du darfst dich eben nicht in diesen Ängsten aufhalten, weil wenn du dich in diesen Ängsten aufhältst, dann kommt eben dieses Halbarschige, dann machst du es so super halbarschig. Und, ähm, wenn die Frau merkt, du bist gar nicht so richtig dabei, du stehst gar nicht so richtig hinter dem, was du da sagst, dann turnt das die Frau einfach nur ab. Ja, dann entsteht vielleicht ein ganz lustiges, nettes Gespräch, aber was Tolles entsteht da nicht draus. Das ist wie die Frau, die ich eben in Hannover angesprochen habe, das erste Mal, wo ich angesprochen habe, was ich eben schon mal erzählt. Ähm, ich hab sie dann eben nach einer halben Stunde angesprochen, wir haben uns auch fünf Minuten unterhalten, aber weil ich eben eine halbe Stunde hinterher gelaufen bin und nie zu keinem Zeitpunkt das Gefühl hatte, das ist vollkommen in Ordnung, was ich da mache, hab ich sie eben auch halbarschig angesprochen. Und klar haben wir uns nett unterhalten, aber es ist halt auch nicht mehr daraus geworden. Und das liegt einfach daran, dass ich halbarschig war. Dass ich nicht hingegangen bin und einfach klar ausgeholt habe, deswegen bin ich hier, darum geht es jetzt. Und wenn Männer das machen würden, wenn die nur diese eine Sache ändern würden, ja, dann, ähm, könnten die meisten Männer ihren Erfolg bei Frauen einfach verdoppeln. Und das in kürzester Zeit. Die vierte Sache ist, dass du falsch denkst. Die meisten Männer denken sich, bevor sie eine Frau ansprechen, oh mein Gott, was ist, wenn das ihr Freund ist? Oh mein Gott, da ist eine Freundin dabei, was sage ich denn zu der Freundin? Oh mein Gott, die ist in einer Gruppe unterwegs, wie unterhalte ich denn die Gruppe? Blablabla. Das sind Sachen, an die du nicht denken solltest, bevor du die Frau ansprichst, weil, äh, das paralysiert dich in diesem Moment ja nur. Es geht nur um eine Sache, nämlich, dass du hingehst und sie ansprichst und nicht darum, dass du dir Gedanken über alle Möglichkeiten machst. Sachen, an die du wirklich denken solltest, bevor du sie ansprichst, ist, wow, okay, das ist eine wunderschöne Frau, wie wäre es, um mit der zu schlafen, wie wäre es, äh, mit der Zeit zu verbringen, ähm, wie, wie würde es sich anfühlen, äh, mit ihr Zeit zu verbringen, ähm, ähm, was könnte sie wohl interessant finden, was ist sie wohl für ein Mensch? Also einfach über Sachen nachdenken, die dich positiv motivieren. Wenn ich eine Frau sehe und ich stelle mir vor, wow, es wäre Hammer mit ihr zu schlafen, war heute irgendwie super heiß, dann bin ich halt motiviert, sie anzusprechen. Wenn ich mir aber denke, scheiße, was sage ich denn zu ihrer Freundin oder oh mein Gott, das ist sicherlich ihr Freund daneben an, dann bin ich doch nicht mehr motiviert, sie anzusprechen. Ja, ist doch ganz klar, dass ich mir da andere Gedanken machen muss. Deswegen achte mal darauf, wenn du eine Frau ansprechen willst, was du dir kurz vorher für Gedanken machst. Und ich weiß, dass das super schwierig ist, es ist super schwer, eine Gedankenstruktur zu nehmen, die man bereits hat und die zu verändern. Dir muss es erst mal auffallen, was du dir für eine Scheiße denkst, bevor du die Frau ansprichst. Und dann kannst du langsam daran arbeiten, dass du andere Dinge denkst, bevor du sie eben ansprichst. Aber achte mal drauf, ganz, ganz wichtig. Nochmal zusammengefasst, der erste große Fehler ist, wenn du zu lange wartest, warte nicht zu lange, wenn du die Frau siehst, sie gefällt dir, geh hin, sprich sie an. Und der zweite Fehler, der mir an dich einfällt, deswegen mache ich den dritten, ist, sei nicht halbarschig, ja. Sei nicht halbarschig, sondern geh einfach hin, wenn du die Frau siehst, sag dir ganz klar, warum du da bist. Und nicht so dieses, äh, hm, äh, sondern boom, hier bin ich, du gefällst mir, hi, Tim, zum Beispiel. Die vierte Sache ist, dass du immer falsch denkst. Denk über Sachen nach, die positiv passieren können, statt über die Sachen, die negativ passieren können. Und dann hast du eine ganz andere Motivation, die Frau anzusprechen. Und die zweite Sache, die ich eigentlich nach der ersten hätte nennen sollen, ist, hm, du hast vor den falschen Sachen Angst. Nämlich hast du Angst davor, abgelehnt zu werden, statt Angst davor zu haben, dass du eine Frau verlierst, die theoretisch richtig, richtig gut zu dir passen könnte. Und das sollte dir eigentlich wirklich Angst machen. Wenn du den erfolgenden Frauen haben willst, den ich und auch meine Teilnehmer haben, dann lad dir um einfach mal dein Gratis-E-Book. Fünf Schritte bis zu zehn Dates die Woche. Fünf einfache Schritte bis zu zehn Dates die Woche. Dein Gratis-E-Book runter. Das kannst du dir einfach da über einen Klick auf das Bild herunterladen. Und dann kommst du auch in meinen E-Mail-Verteiler. Da bekommst du, ja, fast, also sehr, sehr oft meine besten Tipps, meine Informationen. Du kriegst Links zu meinen Blog-Artikeln, wo du noch mehr Gratis-Informationen bekommst. Zu meinem Podcast, zu meinem Facebook. All diese Sachen sind übrigens auch in der Beschreibung. Da kannst du noch weitere Informationen bekommen, die dir dabei helfen, noch erfolgreicher mit Frauen zu werden. Das war's für heute. Ich freue mich, dass du da warst. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.